Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Distance Crawlers Arena. Na, ich starte mal das Spiel und Vollbild an. Ich will da gleich die Dailies machen, muss mir das Spiel gerade wieder neu installieren und dann war auf einmal der BlueStack Bereich voll, musste ich komplett BlueStack wieder formatieren. Und jetzt ist es vorbei bei dem Spiel. Genau. 13 Queste, die ich machen muss. Da war Nummer 1. Nummer 2. Was ist das hier? Und das hier? Okay. Tägliche Quest. Magische Anleitung, Charakter aufwerten. Machen wir. So. Hier soll ein Charakter aufwerten. Fangen wir mit den Schlechtesten an. Aufstufen. Aufgewertet. Ähm. Nummer 1. Fertig. Jetzt habe ich noch 10 Queste. Power Up. Ein Charakter verzaubert. Rüstung anlegen. Okay. So. Aladdin immer noch der Schlechteste. Suchen. Rüstung anlegen. Ich glaube. Hm. Dö, dö, dö. Hm. Ähm. Einmal da angreifen. Ah ne. Ich besitze. Wie mache ich das jetzt? Das ist Kaufen. Auch Kaufen. 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 Ah. Hier ist Kämpfen. Ich brauche 2 Stück. Dann nehmen wir hier. Einmal. Und nochmal. Zweimal. Einmal kostet 8. Dreimal 24. Ganz normal. Das ist dann auch normal. Okay. Gibt also keinen Rabatt. Schade. Das herstellen. Ah. Ah okay. Da kommt hier. 1500. Jetzt kommt der hier dran. Davon brauchen wir nochmal einen. Kampf. Aber wenn ich gewinne. Nochmal. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Da. Jetzt haben wir 4. Und hier vom Braum aus 16. Äh 20. 6 Stück fehlen noch. Da. Autokampf. 1. Was war das gewesen. Okay. Da steht es auch. 2. 3. 4. 5. Ah 18 stand da. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Gut dann. Was war das? Kaufen würde ich sagen. Eine Kiste. Könnte drin sein. Kann ich mir nicht leisten. Sowas hier. 10 Stück kaufen. Dann machen wir das. Bestätigen. Ah geht nicht. Ah hier die. Die kann man es holen. Okay. Kombinieren. Produzieren. Herstellen. Und das herstellen. Und. Ausrüsten. Zack. Immer noch letzter. Oh. Zweiter jetzt. Der zweitstärkste. Da sieht man mal. Wie nah beieinander. Meine ganzen Charaktere sind. Wo ich das ja immer so mache. Den letzten aufwerten. Oh. Fünf Aufgaben waren das gewesen. Wieviel habe ich jetzt schon? Fünf Stück fehlen noch. Nie schlecht. Was haben wir hier? Drei Nachrichten. Alles gelesen. Alles gelesen. Okay, dann gehen wir wieder hier rein bei den Dailies und machen weiter Elite Abenteuer, dreimal Das ist Elite Abenteuer und das sind die normalen Abenteuer Okay, steht doch da bei Elite Ich muss dreimal umkämpfen Jetzt habe ich gar kein Ding ins Meer Oh, so ein Mist Was mache ich denn jetzt Mache ich erstmal die nächste Quest Vielleicht kriege ich ja gleich nochmal ein bisschen Energie Okay Steig Ränge auf Schließe die Kämpfe des Zauberturniers ab Okay Stärke, Stärke, Stärke Stärke, nehmen wir doch den Schwächsten Hm Sind das meine fünf Stärksten? Also der war auf Platz zwei Okay So 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 Egal Egal Ich probier's Okay Ich bin sowieso 885 stark Daher ist das wieso nicht so schlimm Daher ist das wieso nicht so schlimm Nr. 1 Nr. 1 Fortfahren Okay Ein Kampf reicht Schließt die große Kampagne ab Dreimal Große Kampagne Große Kampagne Ah, hier gibt's die andere Energie Die hab ich noch voll Kampf Ich schau jetzt mal, was die stärksten Leute bei mir sind Ähm Charaktere Sammlung Gisma Aladin Baza Vergess deinen Namen immer Monster Also die drei sind drin Ich muss nur Ich muss nur Captain Cook wegnehmen und dafür alle den einsetzen Ich muss nur Captain Cook wegnehmen und dafür alle den einsetzen Und sie kommt weg und dafür kommt Aladin rein So, das sind meine stärksten Automatic Drei 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 Super Wочки vor Vier stück Sechs muss sie noch wirken. Ja, mein damit ist so. Nein, Aladin ist down, der zweitstärkste Charakter, ich suche die Heilerin, okay, alle down, sind zwei Sterne. Ja, Standbild, naja, Standbild nicht, aber ganz schön langsam zu spielen, oder mein Rechner, äh, Verbindung weg, deswegen, was, ich hab doch kraschensvollkämpfe gemacht, da, ich hab doch zwei, um, Ach, machen wir es so. Oh, jetzt haben wir die Christ fertig. Wäre ja sowieso nicht weitergekommen. Okay, Elite können wir noch nicht machen. Eine Herausforderung wartet. Okay. Kampf. Ich habe alle, die Karte. Hm, ich habe alle, die Karte. Okay. Ja, tägliche Quest hatte ich. Drei Kämpfe, also ein Kampf im Turm abschließen. Kumpf. 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 Automatik und alles mal zwei. Oh, es sieht schlecht aus, die sind voll stark. Ich hoffe es ist nur eine Runde. Jawohl. Ja. Zwei Sterne. Okay, dann haben wir den auch. Das können wir noch nicht machen, weil mir fehlt noch die Energie. Deswegen mache ich kurz die ganzen roten Punkte hier weg. Mehr als drei. Hier sind zwei Sachen. Eins. Zwei. Zwei. Hm. Zwei. 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 Ok. Gleich sind alle roten Punkte weg. ich hab noch 36.000 ip tränke aber wenn ich das nächste mal spiele kann ich keinen mehr aufleveln auch doof eine muss ich wenigstens auf 25 lassen 25 soli und den nochmal so das war die nette hexe auf 25 weil die auch die stärkste ist shop was haben wir hier noch ah deswegen doch die truhe ist das hier nicht ja Okay, das war's. Hier sind wir auch fertig. Oh, cool. Probierst mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Oh, wir können ihn ausrüsten. Komplett ausrüsten. Dann kriegt er einen Stern. Ist er ein Heiler oder ein Tank? Ich lass den Aufstieg. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b fertig immer noch 25.000 der neki äh eps ja was muss ich denn da machen ach gar nichts von oben gucken ja ok und hier die 3 ich bin auf platz 18 in zwei tagen endet das so gut hier kann ich auch nichts machen hier kann ich auch nichts machen ok ach ja da können wir nichts machen hier auch nichts da bei aladdin da geht auch was ich müsste mal gucken wie jetzt wer jetzt bei mir so am stärksten ist sammlung also sie der hase oh ich kann wieder alle einen aufleveln hier kann ich nicht hier kann ich nicht was kann ich bei dir machen ausrüstung anlegen ausrüstung anlegen die beiden gehen bei mir sowieso eigentlich immer zusammen sie ist heilerin und er ist der böse tank der hase hopp die beiden das sind zwei gute drei böse ok ok das war hier drin das war bei aladdin ganz hinten der hase und dann machen wir jetzt sie kriegt ihn der ist da aladdin ist da und hopp da ist hopp ist auch gleich zum kapitän befördert worden war ja drei sterne der hase oder die hase oder die hase na gut dann geht es los oh einer down nice oh zwei ist er bei mir down und yeah geschafft endlich wie viel ja war ich schon da dran ok die wir hatten wir noch nicht auf läuft immer noch eine 1 abgeschrieben der nächste von ja war ja klar nur mit einem stern gewonnen die stärkste sind am start und oder schaff ich mich die sind auch wieder drei um links ja zwei runde zweite runde von drei und down ist er gut dann war es das für heute Niederlage ist auch der letzte kampf cool cool so dann haben wir jetzt die da eine quest ab wollte gerade sagen die letzte quest ab aber da kommen wir nicht weiter die müssen wir uns für nächstes mal aufheben vielleicht für morgen abenteuer bonus ok ok sechs hat er schon wieder die brauche ich doch gleich noch ok ähm jetzt wollte ich daily die 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 elite nur die erste die ist ja kostet am wenigsten eps immer noch zwölf am vorder vor vor mal dreimal ich kaufe einfach mal so zack gut dann haben wir das ganze das war jetzt die letzte quest gewesen jetzt habe ich so viel energie noch probieren wir schnell irgendwie mal ich kann die böse nicht nehmen dann muss ich doch mal gucken so ok die quest haben wir fertig belohnung dann schauen wir mal ein video ne ich möchte kein video gucken deswegen hier schon äh helden haze aladdin was slami und wie ist die ma im mam marida ok marida slat was all den und hop kampf abenteuer helden helden ganz schnell ganz schnell ganz schnell ne hop mal wieder slat aladdin und und was welch mit pass tauschen werde ich mit pass tauschen sind die tanks links und rechts gut ok drei wählen das schaffe ich nicht das wird doch nicht gut gehen so wird doch nicht gut gehen los haben wie das ist nicht ein für halt F Genau, macht ihn kaputt, übernimmt euch nur, super, er ist da und ich schaffe es doch, nein, ich schaffe es nicht. Und, jawohl, ich habe es geschafft, er ist da und. Endlich. 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 Okay. Und das war die zweite Welle, der Monarch. Endlich. 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 Und dann habe ich nur 16, da ist noch ein Autosieg drinnen, fertig. Das war jetzt alles. Okay, im Kampf. Hm, keine Ahnung, gut, ich würde mal sagen, das war's. Das und das, die beiden noch, das zwei, keine Ahnung, was er hier mit zwei meint. Vielleicht hier, ach, das ist es. Kann ich gar nicht machen. Und hier, ne, gut, dann war's das. Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, ob ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.